Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Mama! Oh, hallo Schatz! Mama, was machst du denn da mit den Bildern, die ich die gemalt habe? Was? Was machst du denn da mit den Bildern, die ich die gemalt habe? Ähm, äh, die, ähm, die Bilder, die tue ich in den Tresor. In den Tresor? Mhm, ganz genau mein Schatz. Die Mama tut die Bilder in den Tresor zu all den anderen tollen Bildern von dir. In einen Tresor tut man die Sachen, die einem ganz besonders wertvoll sind. Damit die nie wegkommen, weißt du? Mhm. Und das Bild, hast du das für mich gemalt? Mhm. Ach, das ist aber schön. Ein Regenbogen. Den tun wir am besten direkt in den Tresor, damit der nicht wegkommt, ne? Okay. Achtung. Jetzt ist er da drin. Super. Dann geh du mal schön spielen und ich mach dir weiter, ja? Mhm. Okay. Sarah? Hast du mein Portemonnaie gesehen? Hier, Mama. Ach, danke schön mein Schatz. Wo sind denn die ganzen Kreditkarten? Und mein Bargeld? Und der Ausweis? Das hab ich in den Tresor getan. Das hab ich in den Tresor getan. Das hab ich in den Tresor getan. Genau. Das hab ich in den Tresor getan hat.